Guten Tag. Ja, guten Tag, das heuer Knallinger. Ich hätte gerne die Frau Bertani gesprochen. Die Frau Bertani? Ja. Ja, die gibt es nicht. Was? Sie meinen die Dame aus dem Werbespot von Mon Cherie? Ja, die glaubt ja Bertani, die ist doch jetzt mit dem Flieger gerade zurückkommen. Hören Sie zu, diese Dame ist eine Schauspielerin. Ach, hören Sie doch auf... Das ist ein Werbespot. Ja, das wissen Sie schon, aber wir kennen sie doch alle. Die Frau Bertani, die ist doch aus dem Fernseher. Die ist aus dem Fernseher, das ist richtig. Das ist doch aber jetzt mit dem Flieger angekommen von der Sommerpause. Die ist doch wieder zurück. Die Frau Bertani, die sucht doch die Käschen aus, die Piemannkäschen. Das ist ein Werbefilm, das ist eine Darstellung. Ja, das ist aber so nett, die kennt sich doch, die läuft doch als durch die ganze Welt von den Käschen. Die läuft nicht durch die Welt, das ist ein Werbefilm. Also da wollen Sie also die Leute an der Nase rumführen. Das ist nicht herumgeführt an der Nase, das ist dargestellt. Und er soll darstellen, wie das Unternehmen Ferrero auf Qualität bei seinen Rohprodukten achtet. Also gibt es sie doch? Bitte? Also gibt es die doch, die Frau? Nein, es gibt die Frau nicht. Ich habe es Ihnen eben schon gesagt. Wissen Sie, ob die gerne Käschen isst? Wie soll ich wissen, ob eine Frau Bertani, die es gar nicht gibt, ob die gerne Käschen isst? Da wären ja die saftigste und prallste Käschen ausgesucht für das Produkt, ne? Ja. Und wir haben ja in unserem Garten auch eine Käschen bei ihm. Und jetzt wollte ich mich fragen, ob die vorbeikommen da und die sich das mal angucken, weil wir haben ja auch so einen schönen Ruhmtopf angemacht mit den Käschen. Weil wir nicht Pfundweise und Kiloweise kaufen. Mir ist ja völlig klar, dass die Frau so bekannt ist, dass da jeder anruft, den die gerne sprechen. Aber jetzt tun Sie doch mal eine Ausnahme. Ich weiß doch, dass es gibt. Ich weiß doch, dass die Frau existiert, die Frau Bertani. Ich weiß ja, dass da viele Anrufen kommen, aber sie könnten mich doch. Jetzt wollte ich mich mit derin mal unterhalten. Ich war unser Käschen beim... Guten Tag. Ja, guten Tag, das ist einer Bertani. Verbinden Sie mich mal flink mit meiner Frau.